Dieser Podcast wird unterstützt von BDO. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. Mit ihrem ARK Innovation ETF ist sie eine der bekanntesten Fondsmanagerinnen weltweit. Die Rede ist von Kathy Wood. Während manche sie als Prophetin oder Star-Investorin feiern, ist die Risikobereitschaft der 68-Jährigen nicht ganz unumstritten. Was ist das Geheimnis hinter ihrem Erfolg und lohnt sich ein Investment in ihren ETF? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Studiogast, Standard-Wirtschaftsredakteur Alexander Hahn. Hallo, grüß euch. Bevor es gleich mit dem Interview losgeht, abonniert. Lohnt sich das am besten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch künftig keine neue Folge mehr. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, wenn euch unser Podcast gefällt. So, hallo Alexander. Willkommen zurück bei uns im Podcast-Studio, muss man an dieser Stelle sagen. Möchtest du uns zum Einstieg einmal erklären, wer Kathy Wood überhaupt ist? Ja, Kathy Wood ist eine bekannte Investorin oder Fondsmanagerin, die vor allem in den letzten Jahren oder seit der Corona-Krise sehr bekannt geworden ist. Sie ist, wie du schon gesagt hast, 68 Jahre alt und managt einen Fonds, den ARK Innovation ETF. Hauptsächlich, es gibt dann andere auch noch, die da in dieser Familie sozusagen angeboten werden. Sie ist schon länger in der Finanzbranche tätig, hat Wirtschaft studiert und hat sich dann 2014, glaube ich, selbstständig gemacht mit diesem ARK Innovation ETF. Die Idee war einfach, ein Portfolio von innovativen Firmen zu bündeln und das als ETF auf den Markt zu bringen. Und man muss sagen, das ist auch wirklich gut gelaufen und vor allem in der Corona-Krise ist dieser ETF wirklich durch die Decke gegangen und hat viele andere Investments hinter sich gelassen. Und das war der Moment, an dem sie auch wirklich bekannt wurde. Wie innovativ ist es denn, dass sie diesen ETF gemacht hat? Also hat sie da einfach den Zeitgeist getroffen oder wie würdest du das bewerten? Ja, das kann man durchaus so sagen. Also generell, diesen Trends zur ETF gibt es schon länger. Das sind ja so eine Art, oder das sind in den Börsen gehandelte Fonds. Früher war das viel schwieriger, mit Fondsanteilen zu handeln. Das ist vereinfacht worden durch diese ETFs. Wie gesagt, den Trend gibt es schon länger, da hat sie einfach drauf gesetzt. Sie hat sozusagen die Zeichen der Zeit erkannt. Es war die Zeichen der großen Technologiefirmen oder wie sie richtig groß geworden sind. Und gerade in der Corona-Krise hat das Ganze ja nochmal einen richtigen Schub bekommen und die Technologieaktien sind richtig durch die Decke gegangen. Auf der anderen Seite gab es zu dieser Zeit die Entwicklung, dass viele neue Leute sich angefangen haben mit Veranlagung und Börse zu beschäftigen. Man hatte die Zeit dazu und teilweise auch das Geld, man konnte es sonst nicht ausgeben. Und gerade viele junge Leute haben sich da freulicherweise auch begonnen, mit der Börse zu beschäftigen. Es ist ja auch viel einfacher geworden über Smartphone und so weiter, sehr zugänglich alles. Und da hat sie offenbar genau auch denen ihre Interessen getroffen. Und ich glaube, sie hat auch ein bisschen bewusst vielleicht viele junge Anleger als Zielgruppe sich auserkoren. Ich habe in der Einleitung schon gesagt, dass sie unter anderem als Prophetin oder Star-Investorin bezeichnet wird. Bekannt ist sie aber vor allem als Frau fürs Risiko. Wie ist sie denn zu diesem Titel gekommen? Ja, also man muss natürlich sagen, ihr ETF, dieses Vehicle ist schon wirklich sehr riskant und sehr volatil. Es setzt nur auf vergleichsweise wenige Titel. Die sind alle aus einer, mehr oder weniger einer Branche, einer Stoßerrichtung. Es geht um Technologie, es geht um Kryptos, es geht aber auch um Biotech. Halt alles, was ein bisschen seiner Zeit voraus ist, so von der Idee her. Und diese Art von Aktien oder Unternehmen sind meistens sehr wachstumsstark, aber auch sehr volatil, sprich schwankungsfreudig an der Börse. Und zusammen ergibt es einfach ein hohes Risikoprofil von ihren Fonds. Jetzt hast du schon gesagt, sie setzt vor allem auf Tech-Unternehmen. Sie bezeichnet das ja meistens als disruptive Innovationen, in die sie da investiert. Was findet sich denn aktuell in ihrem Portfolio? Ja, also von dem bekanntesten ist sicher Tesla, einer der sogenannten Magnificent Seven, also der glorreichen Sieben, die derzeit an der Börse gibt. Da hat sie noch einen zweiten davon, den hat sie jetzt erst unlängst sich wieder zugekauft. Das ist Meta, also die Facebook-Muttergesellschaft. Und ansonsten gibt es schon noch ein paar bekannte. Coinbase zum Beispiel, das ist diese Kryptobörse. Das ist derzeit, glaube ich, ihr größter Wert im Portfolio mit knapp 10 Prozent. Zoom, Video Communications kennt man auch. Und dann auch viele Kleinere, die einem nicht zwingend etwas sagen müssen, wie ein Spielhersteller namens Roku oder andere. Wie gesagt, es geht alles eine Stoßrichtung und das ist technologiedistruktiv. Und es schwingt so die Idee mit, sozusagen, dass man mit ihren Fonds die Chance hat, das nächste Amazon oder Apple zu erwischen und in frühen Stunden und damit nochmal richtig Kohle zu machen und reich zu werden, sozusagen. Das schwingt so ein bisschen mit. Wie du jetzt auch schon erwähnt hast, ist sie ja vor allem während der Pandemie so richtig durchgestartet. Im Jahr 2020 hat ihr ETF, Arc Innovation, um 150 Prozent an Wert zugenommen, habe ich gesehen, und wurde zum größten aktiv verwalteten ETF der Welt. Auf dieses Rekord hoch ist dann aber auch ein Tief gefolgt. Wie sieht denn die Entwicklung bis jetzt aus? Ja, etwas durchwachsen, kann man durchaus sagen, seitdem. Ich habe das mir ein bisschen genauer angeschaut. Wie du richtig gesagt hast, das war nach dem Jahr 2020, ist ein bisschen der Faden gerissen bei ihr. Der ETF ist von seinen Höchstkursen etwas zurückgekommen. Ich finde es aber recht interessant. Sie hat im Mai 2021, als es eben schon abwärts gegangen ist, mit ihrem Fonds oder ETF ein Interview gegeben, oder sie hat mehrere gegeben, aber eins habe ich mir genauer analysiert. Da hat sie für die nächsten fünf Jahre jeweils Erträge von 25 Prozent pro Jahr in Aussicht gestellt. Das würde bedeuten, eine Verdreifachung binnen fünf Jahren. Was schon sehr, 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 sehr ambitioniert ist und es kam ja auch dann ganz anders. De facto hat der Fonds seitdem noch einmal ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte an Wert verloren. Das ist natürlich in Wahrheit ein sehr schlechtes Ergebnis, weil der Gesamtmarkt ist seit in der Phase aufwärts gegangen. Der Kurs schlägt also eben in beide Richtungen sehr stark aus. Was sind denn die Gründe dafür, dass das da so extrem ist? Ich habe es eh schon ein bisschen erwähnt. Das hat auch einfach mit der Branche zu tun. Es sind Technologie, Wachstumswerte. In Wachstumswerten wird immer schon sehr viel hineininterpretiert, sehr viel Zukunftsmusik. Und dadurch sind die dann natürlich auch anfällig. Wenn sich diese Erwartungen nicht erfüllen, dann fallen sie umso tiefer. Das ist jetzt bei herkömmlichen etablierten großen Firmen nicht so der Fall. Da steckt nicht so viel quasi Fantasiezukunft drinnen, sondern man hat eine viel solidere Basis, auf denen sich das ganze Geschäft bewegt. Und da ist auch die Falle ja nicht so hoch, wenn es einmal Gegenwind gibt. Viele beschäftigt bestimmt die Frage, was einfach so das Geheimnis hinter dem großen Erfolg ist. Also wir werden nachher auch nochmal über sie als Person ein bisschen mehr sprechen. Aber jetzt, wenn es wirklich um ihre Anlagen geht, gibt es da irgendwas, wo man sagen könnte, das sind Strategien, die sie da nutzt, die du jetzt irgendwie noch nicht erwähnt hast? Oder wenn man das so kurz zusammenfasst? In der Veranlagung kann ich gar nicht sagen, dass sie da irgendetwas ganz, ganz Besonderes macht. Sie hat einen nicht allzu breit gestreuten Fonds. Das finde ich aber in dem Sinn nicht so schlimm. Jetzt ein anderer wirklicher Star-Investor, der Warren Buffett, hat in seinen Veranlagungen auch in Wahrheit keine breite Streuung, weil er sagt, wenn man wirklich sozusagen weiß, was man tut, dann braucht man das gar nicht. Also das kann man kritisieren, muss man aber nicht. Das Einzige ist, was sie meines Erachtens sehr, sehr gut macht, ist die Vermarktung dieses Fonds und sich selber. Man muss ja auch sagen, alle Achtung, mit 68 Jahren noch so umtriebig sein. Und auch Jugendlicht wirken, alle Achtung, Hut ab. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, sie vermarktet hauptsächlich sich und ihren Fonds. Und das macht sie aber sehr gut. Du hast jetzt ja auch schon Warren Buffett angesprochen. Der ist ja auch eine sehr schillernde Figur im Investmentbereich. Was wäre denn so ein Gegensatz, den man da so zwischen den beiden feststellen könnte? Also ich habe das Gefühl, die Käthe wird versucht, auch irgendwo die Idee zu verkaufen, werde schnell reich. Und beim Warren Buffett hat man eher das Gefühl, er verkauft die Idee des langsam Reichwerdens. Und zwar nicht nur durch überdurchschnittliche Renditen, sondern durch solides Investments und gute Renditen jedes Jahr. Dann braucht man auch nicht so viel Risiko nehmen. Und ich habe mir das auch ein bisschen angeschaut. Jetzt der Warren Buffett ist ja auch wirklich schon sehr, sehr lange im Geschäft. Er ist ja auch schon deutlich über 90. Und das ist eine der großen Vorteile in der Veranlagung, wenn man einfach viel Zeit hat. Dann kann man diesen Zinseszinseffekt so schön mitnehmen und der wird dann immer größer und immer wichtiger. Ich habe mir das bei ihm angeschaut. Er hat seit den 1970er Jahren, da war seine Aktie, dieses Investmentvehicle, das Berkshire Hadaway heißt, war die Aktie gleich bei 79 US-Dollar und jetzt ist sie bei ungefähr 600.000 Dollar oder knapp. Also das ist wirklich eine ganz, ganz beachtliche Entwicklung, die auch zeigt, über so langen Zeitraum in verschiedensten Marktphasen gut zu performen. Alle Achtung. Caffey Wood hat also grob gesagt in alles investiert, das vielversprechend und neu klingt und dann diesen Eindruck auch erwägt. Nach einer kurzen Pause schauen wir uns aber noch genauer an, ob sich ein Investment in ihren ETF lohnen könnte. Also bleibt dran. Du denkst, out of the box bist du ein Multitalent oder richtig gut in deinem Spezialbereich? Dann suchen wir genau dich, ob in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder im Consulting. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams, denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise. Die Behörden haben alles richtig gemacht. Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen zurück. Schon bald will die US-Amerikanerin auch auf dem europäischen Markt aktiv sein. Wie ist dieser Vorstoß zu bewerten? Sie will zusätzliche Kunden und mehr Geschäft machen. Wie genau macht sie das? Also wie ist der Markteintritt geplant? Ich denke, sie wird eine europäische Fondsgesellschaft übernehmen und hat dadurch Zugriff oder Zutreter zum europäischen Markt. Ich nehme an, das ist der Plan, der dahinter steckt. Und wie ich schon erwähnt habe, es geht darum, einfach mehr Geschäft zu machen. Managed by Cathy Wood. So wirbt ARK Invest für die großen Fonds. Wie wichtig ist dieser Personenkult? Also dass ihr Name da einfach nochmal drinnen steckt für ihren Erfolg? Also für den Verkauf ist das sicher sehr wichtig. Sie ist ja auch sehr umtriebig auf Social Media unterwegs, gibt viele Interviews, auch klassischen Fernsehsendern und ist daher auch sehr präsent in der Öffentlichkeit. Und es ist für den Verkauf dieses Fonds oder ihrer Produkte, ist sie als Person extrem wichtig. Kann man aber jetzt, um wieder zurückzukommen zu Warren Buffett und der ist auch sehr wichtig für Berkshire Head Away. Also daran, das gibt es halt mitunter. Die Sache ist die, für die Veranlagung oder für den Fonds selber ist sie in dem Sinne als Managerin für mich nicht sehr wichtig. Technologie ist sehr gut gelaufen. Sie hat auch wirklich eine Zeit gehabt, da war sie besser als der Markt. Seitdem schafft sie es aber nicht mehr, den Markt zu schlagen. Und wenn man in Technologie investieren will, gibt es auch ganz andere Möglichkeiten. Und ich denke, das ist vielleicht sogar die bessere. Aber das kann man sich im Detail nochmal ansehen. Würdest du sagen, es spielt auch eine Rolle, dass sie als Frau auftritt in dieser Branche? Davon gibt es ja in der Öffentlichkeit auch nicht so viele. Ist sicher ein Vorteil, ja. Glaube ich schon. Dadurch kann man sich ja auch Leute ansprechen, wo es ein Mann schwieriger gehabt hätte. Keine Frage, ja. Sie ist ja vor allem eine aktive Fondsmanagerin. Könntest du einmal sagen, was das genau bedeutet? Das liegt jetzt ja auch gerade ziemlich im Trend dieser aktiven ETFs. Und könnte das vielleicht auf lange Sicht sogar besser sein als passive Indexanlagen? Ist ein interessanter Gedanke. Diese Überlegung gibt es ja schon ein bisschen länger. Früher waren die Fonds eben nicht als ETF strukturiert und nicht so zugänglich und so weiter. Aber es gibt schon länger eigentlich diese Grundaussage, dass es eigentlich nur ganz wenige Fondsmanager, die aktiv, also sprich selbst diesen Fonds verwalten, was kaufe ich, was verkaufe ich und so weiter, es wirklich schaffen, den Markt dauerhaft zu schlagen, gemessen an einem gewissen Index oder so. Das ist aber ein Grundproblem, wie gesagt, in der aktiven Veranlagung. Und sie hat es zeitweise geschafft, sie hat es aber zuletzt jetzt eben nicht geschafft und ganz schlecht abgeschnitten verglichen mit ihren Vergleichsindizes oder der ganzen Nasdaq-Börse, wo ja viel Technologie einfach ist. Und da spricht nichts zwingend für sie. Es macht nämlich wirklich auch eine gute Fondsmanagerin oder Fondsmanager aus, dass man in verschiedenen Marktphasen gut performt. Nicht nur in einer, eben wo es viel Rückenwind durch niedrige Zinsen für Technologie und so weiter gibt, dann noch die Corona, sondern wirklich gute Fondsmanagement zeichnet sich dadurch aus, dass man in den verschiedensten, unterschiedlichen Marktphasen gut performt. Sie hat auch schon ein bisschen an ihrem Glanz verloren, würde ich sagen, auch in der Öffentlichkeit oder in vielen genaueren Betrachtungen. Würdest du sagen, dass es gerechtfertigt, dass sie da ein bisschen vielleicht zurückgeholt wurde auf den Boden der Tatsachen? Ja, durchaus. Wie gesagt, für mich, das, was sie wirklich besonders macht, ist den Fondsverkauf von sich selbst. Und ich kenne eine Person, die ganz sicher reich wurde durch diesen ARK Invest ETF und das ist Cathie Wood. Ob es den anderen vielen gelungen ist oder noch gelingen wird, sei mal dahingestellt. Das aktive Management der ARK ETF ist ja nicht umsonst. Es gibt ja eine Gebühr, die da verlangt wird. Die liegt in dem Fall bei 0,75 Prozent. Das heißt, wenn man sich jetzt ausrechnet, man investiert 10.000 Dollar, würde man jedes Jahr 75 Dollar an Gebühren für die Dienste von Cathie Wood bezahlen. Würdest du sagen, dass das gerechtfertigt ist? Grundsätzlich halte ich diese Gebühr für nicht übertrieben hoch. Sie ist klarerweise höher als bei passiven Fonds, weil da braucht man das nur hier unter Anpassen den Index, wenn es Veränderungen gibt und ansonsten nichts machen. Man braucht keine wirkliche Analyse und kein Research. All das brauchen aktiv gemanagte Fonds schon. Da ist viel mehr Aufwand dahinter. Ich finde an sich jetzt die 0,75 Prozent nicht übertrieben hoch. Sie werden aber dann quasi relativ hoch, wenn man vergleicht, dass sie schlechter abgeschnitten hat eben in der letzten Marktphase als passive ETFs, die viel günstiger sind. Die gibt es eben um 0,2 Prozent plus minus und noch dazu setzen die vielleicht auf den Neste Composite. Der hat seit dieser Phase, wo sie mehr als die Hälfte verloren hat, glaube ich 16 Prozent dazu gewonnen. Das ist günstiger und hat besser gelaufen. Jetzt habe ich auch noch eine persönliche Frage an dich. Was hältst du denn jetzt so von den Methoden? Würdest du selbst auch so investieren oder könntest du dir vorstellen, in ein ETF von ihr zu investieren, wenn sie dann wirklich am europäischen Markt ist? Ich glaube, ich ahne das schon. Mein Fall ist es nicht. Ich sehe auch manche ihrer Methoden ein bisschen kritisch. Es geht nicht, ich habe es eh schon erwähnt, als sie da im Mai 2021 gesagt hat, diese Unhaltbahnrenditversprechen von 25 Prozent pro Jahr. Da hat sie gleichzeitig auch, weil es ja schon abwärts geht, auch die Investoren quasi davor gewarnt, die Anteile an ihren ETF zu verkaufen. Sie hat sinngemäß gesagt, ich warne euch davor. Ich werde ein Fehler sein. Die Anleger machen immer den Fehler, am Boden zu verkaufen, alles unten ist, bevor es wieder rauf geht. Wie gesagt, das hat sich so nicht erfüllt. Und sie hat da, ob bewusst oder unbewusst, psychologische Muster, die sich bei Anlegern abspielen, angesprochen. Wir haben nämlich so etwas wie eine Verlust-Aversion. Das heißt, wir versuchen, Verluste zu vermeiden, wo es geht. Geht auf Dauer nicht, wenn man veranlagt ist. Dreht man einfach immer wieder einmal auf. Und macht dann auch vieles, um die Realisierung dieser Verluste erst ab. Dann ist es fix, nach hinten zu schieben. Und dazu zählt zum Beispiel auch eben, dass sie sagt, jetzt nicht verkaufen. Ihr macht sonst einen Fehler. Da spielt sie noch was anderes an. Wir haben natürlich auch eine sogenannte Regret-Aversion. Sprich, wir wollen eigentlich keine Handlungen setzen, die wir nachher bereuen könnten. Und jetzt spricht sie genau das an. Verkauft nicht jetzt einen Teil der Tränen, ihr würdet es bereuen. Also genau dieses psychologische Muster, das eigentlich ein Fehler bei Veranlagungen ist, diese Regret-Aversion, genau die hat sie, ob bewusst oder nicht, thematisiert. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die natürlich ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Was glaubst du, wie wird sich denn ihr ETF oder ihre Performance weiterentwickeln? Das ist ein bisschen schwierig vorherzusagen. Wenn ich das generell so wüsste, ja, dann wäre ich schon ein ganz, ganz reicher Mann und würde zwar auch hier sitzen, aber könnte über ein bisschen andere Sachen berichten. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass generell es sich für die Technologie so weiterentwickelt wird wie im vorherigen Jahrzehnt. Ich habe das auch schon, ich bin ja nicht mehr das allerjüngste Semester, ich habe auch diese Technologie-Bubble des Jahres 2000 miterlebt und damals wurden auch so viele quasi Zukunftsfantasien gehandelt und so weiter und man hat dann erlebt, die wenigsten davon haben sich wirklich realisiert. Ja, die, die sich realisiert haben, Amazon gab es damals schon am Aktienmarkt, puh, also da hat man mehrere tausend Prozent dann gemacht. Ich glaube eher, dass es in den nächsten Jahren an der Börse eher eine Phase gibt, wo die Technologie ein bisschen weniger groß gehypt wird und ich glaube eher nicht, dass es die tragende Segment wird an der Börse. Das heißt aber nicht, dass sich das Ganze nicht wirklich weiterentwickelt und irgendwann auch wieder tragfähige Geschäftsmodelle kommen. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird Technologie nicht der Treiber an der Börse sein. Vielleicht andere Branchen oder am breiten Markt gibt es sehr viel, aber derzeit sind die Bewertungen auch sehr, sehr hoch, gerade bei diesen glorreichen Sieben, die ich vorher schon erwähnt habe. Das macht mich ein bisschen skeptisch. Zusammengefasst lässt sich also sagen, Caffey Wood ist wohl keine Prophetin, aber sie weiß ganz genau, wie sie sich und ihre Produkte am besten verkauft. Ob ein Investment managed by Caffey Wood wirklich eine gute Idee ist, sollte man sich vorher aber sehr gut überlegen. Alexander, danke dir für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Gerne doch. Wenn euch unsere heutige Folge von Lohnt sich das gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie mit anderen teilt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.at.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang. Ciao und bis zum nächsten Mal. Du denkst, out of the box bist du ein Multitalent oder richtig gut in deinem Spezialbereich? Dann suchen wir genau dich. Ob in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder im Consulting. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus. Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Ich bin der Martin.